So ihr Lieben, da sind wir wieder und wir spielen wieder eine Runde Turm Oil und äh, muss nochmal kurz hier looky looky machen so, ähm, viel Geld haben wir nicht, aber wir haben unseren Claim auch schon gelegt, ne, ja okay, dann können wir ja los, können wir direkt hier anfangen, brauchen wir gar nicht drumrum lamentieren oder lang quatschen, so, ähm, also ich hätte gerne ein paar Maulwürfe einmal hier, einmal hier, hier und hier bitte, danke schön und, äh, jemand mit, ne, 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 hier, so einen wünscheligen Wünschelrutenmann, dann können wir schon mal ein Pferdchen setzen und ein Silo, das setzen wir ganz nah hier dran, möglichst nah, so, und jetzt erstmal abwarten, schauen wir mal, da haben wir doch Öl gefunden, da sind wir auf Öl gestorchen, da sind wir auf Gas gestoßen, äh, dann muss ich das mit einem, mit einem Durchgangsventil machen, da haben wir auch noch was, hier ist auch noch ganz viel, irgendwas, sehr gut, weil dann muss ich das so machen, dass wir hier mit dem Gas später hier durchkommen, so ist es glaube ich ganz gut, so, tu mal, tu mal anbohren da, wo gehen wir hin, hier, oh, das ist eine große Geschichte hier, nice, so, 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 oh, 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 wir brauchen mehr Pferdchen, so, dann brauchen wir die Pferde, die müssen noch ausgebaut werden, hier, zack, so, so, preis im Auge behalten, preis links geht nach oben, so, ähh, dann schauen wir doch mal, dass wir hier auch gleich noch super Silos bauen, So, okay. Da haben wir ein super Silo. Nice. Sehr gut. Momentan können wir noch da hin abschicken. Aber jetzt müssen wir auch mal schauen, dass wir hier weiter vorankommen. Ich mach mal hier nochmal eins hin. Oh, scheiße. So, verprasst. So. Und eine Seitenbohrung hier hin noch. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Pferde. Ich glaube, im Augenblick sparen wir uns das mal mit dem Geld. Wir haben ja super Silo da. Äh. Obwohl, wir können hier mal abgeben. Hier ist doch ganz gut eigentlich. Gehen wir erstmal da ab. So. Dann brauche ich nochmal hier ein dicke Silo. Das wir hier gleich richtig einladen können. Einmal ein bisschen maulwurfige setzen. ein bisschen Geld haben wir auch noch auf Kante. Jetzt wissen wir gucken, da ist, glaube ich, auch noch Gas. Da ist noch mehr Öl. Da ist auch noch mehr Öl. Das hier sieht aber irgendwie nicht aus wie Gas. Obwohl, doch, wird es aber sein. Das ist dasselbe Öl. Irgendwann hier rüber. So. Muss ich noch schauen. Ähm. Komm, das kannst du mit anbauen eigentlich. Können wir ein bisschen was verkaufen? Kurz einmal. Danke. Das reicht schon. Danke. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay, gut. Äh. Hup. Okay, jetzt müssen wir gucken, dass wir langsam aber sicher die Notverkäufe schon mal beginnen. Und in der Zeit können wir auch einmal wohl, das ist so gut wie leer auch hier. Dann müssen wir jetzt schauen. Wie machen wir das jetzt? Ähm. Denk, denk, denk. Wie machen wir diesen Weg? So. Okay. Ich hoffe, das macht so Sinn, wie ich mir das hier zurechtfühle. Aber ich denke doch, oder? So. Nur ordentlich einpumpen hier. So, hier nochmal nach dem Maulwurf schicken. Da. Da sollte eigentlich kein Gas jetzt rein. Ja, kein Öl rein. Da sollte jetzt nur Gas durch. So. Ähm. Ich würde sagen, dann treiben wir jetzt mal die Preise an. Ich weiß nicht, ob das klappt. Und mal zumachen. Äh. Vorsichtig. Das, 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 äh, das Preisniveau quasi. Das kostet auch jedes Mal richtig Asche, ne? Ja, ne. Lassen wir mal lieber. Ordentliche Gasblase erwischt. Nice. Ja, das ist es so langsam gewesen. Aber lässt sich momentan noch ein ganz guter Euro mitmachen. Ja, da kommen die letzten Gasblubbelchen. das war's dann. Das war's dann. Aber war trotzdem nicht schlecht. Lies sich doch ein ganz guter Reibach mitmachen. Alles soweit leer gepumpt. Ich sehe jetzt hier auch nichts mehr. So. Dann können wir eigentlich den Monat auch beenden, oder? Brauchen wir noch den Dezember unbedingt? Ich glaube nicht, oder? Ne, den brauchen wir nicht mehr. Dann können wir noch ein bisschen Geld machen, indem wir den Monat abgeben. Und dann war's das für uns. Ja, alles rausgelutscht. Richtig schön. Ein Diamant habe ich noch verpasst. Aber ey, who cares, ne? Insgesamt 71.000, boah, 20.000 ausgegeben. Aber trotzdem. Ordentlich noch Knete gemacht. Ja, doch. So geht das. Okay. So. Dann wollen wir doch erstmal hier in die Kneipe, ne? Erstmal alles versaufen. Ähm. Gebe ich ihm Diamanten? Ich weiß nicht. Äh. Keine Lust mehr auf niedrige Preise. Ja, das ist ein guter Deal. Das gefällt mir. Ach, das ist auch ein guter Deal. Aber komm, auf die drei Cent kommt's jetzt nicht mehr an. Dann hätte ich vorher mal gucken können. Kann ja keiner riechen, dass wir beide aus Versehen gute Deals geben diesmal. So, okay. Das lassen wir so. Das ist schon okay. Ähm. Da bin ich ja hier auch mit zufrieden. Ich brauche ja auch erstmal noch nichts, glaube ich. Ähm. Da leben wir auch sowieso nicht. Timer. Äh. Das ist ein Timer, oder? Achso, das. Ne, das. Die Verbindung nach links auch nicht. Ich bin zufrieden, so wie es ist, glaube ich. Aktien-Auktion. Für ein Prozent. Wow. Ja, da haue ich aber nicht groß in die Tasten. Da könnt ihr mal euer Geld rauswerken, die Affen. Also, da gebe ich höchstens so 8000 für auf. Wenn überhaupt. Da hat man ja zugegriffen, hä? Da hat Blanche gesagt, sie will neue Anteile kaufen. Guck mal. Mann, Mann, Mann. Na gut. Hoppala. So. Okay, dann gehen wir mal zur Landauktion und gucken wir mal. So, also es wird immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter. Aber nicht gut. Da. Da würde ich hingehen. Okay. Gehe ich da hin. Oh, die machen noch ein paar Updates. Wie sieht es bei mir eigentlich aus? Ja, guck mal. Mir sieht das doch toll aus. Äh, die Herde vergrößern. Komm, das nehme ich jetzt noch mit. Wenn wir jetzt gerade das Geld haben. Mehr Pferdes. Gut. So. Ab jetzt. Ab jetzt. So. Okay, ich habe jetzt maximal 40 Wagen. So. Oh, da haben wir schon mal Gas. Und zwar viel Gas. Okay. Kann ich von da an eigentlich direkt bauen? Ja, ne? Ja, gut. Okay. Gut zu wissen. Hier haben wir ein bisschen Öl. Schicken wir da noch einen Maulwurf hin und nochmal hier auf den, ne? Den Windschul-Rutengänger. Und fangen wir hier schon mal an. Und da und da platzieren wir schon mal Silos. Uuuhh, Diamond gefunden. Nice. Möchte ihn eingesammelt? Tatsache, cool. So, da wurde auch geölt. Ah, kein Geld mehr. Okay. Komm, gib mal was ab jetzt. Oh, 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 oh. Oh nein. Oh nein. Wir haben richtig miesen Öl aus, Kid. So, es gibt was ab. So, okay. Mann, ey. Ganz schön verschwendet. So, hier haben wir noch reichlich Öl. Gehen wir auch mal rüber. Und ja, ich mach das absichtlich so, weil ich hier oben gerne gleich noch die, äh... Oh, nice. Weil ich hier oben gerne noch die, äh... Silos haben will gleich. So. Reicht das eigentlich so hier? Ne, ne, das zapfe ich nicht an, ne? Das muss irgendwie... so sein. So. Okay. Äh, die Maulwürfe in größere Tiefen schicken. Und hier oben auch noch mal Luki-Luki machen lassen. Ah, da haben wir doch noch was. So. Oh, das ist aber ein Aparillo. Okay. Da müssen wir mehrfach Bohrungen machen, damit wir da gleich richtig was rauslutschen können. Oh, ich verkaufe den Schrottpreis. Oh. So, okay. Das haben wir. Gehen wir da noch ein Super-Silo hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber dann machen wir es so, dann passt das auch. Okay. Gut. Bauen wir den zweiten Bohrturm. Oh, verklickt. Oh, verklickt. Hier haben wir das auch geregelt. Dann müssen wir das noch so machen. Ich muss ja mit bohren hier. So. Wollen wir kurz ein bisschen was abgeben? Danke. So, wenn wir jetzt nichts mehr finden... Okay. Noch mal kurz was abgeben. Danke. Vorsichtig die Preise anhölen. Und abgeben gehen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich behaupte, hier ist nichts mehr. Oh, da war noch ganz viel. Oh, das war ein Reinfall. Oh, das war ganz schlecht. Eieieiei. Aber immer noch besser als alle anderen. Okay. So, das war's mit der Runde. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.